Hallo zusammen, ich habe hier ein Carthago und in diesem Carthago ist hier das Batteriefach und hier sind jetzt zwei 100 Ampere Lithium Batterien, Minuspol, hier mit Masseband verbunden und neu eine Masseleitung, 35 Quadrat und hier auch ein 35 Quadrat und hier geht die Leitung weniger stark weg auf die Sicherung, hier angeschlossen Minus hier, Plus hier, Minus hier und die Pluspole sind hier mit Tape abgedeckt. Original war drin, zwei solche Exide Batterien, wir sehen es hier mit 80 AH. Das soll es gewesen sein für heute und ich wünsche euch einen schönen Tag.